Herzlich willkommen in diesem Kundeninterview. Neben mir sitzt Daniel Sauer vom Controller zum Starke ohne Muckis Trainer Kinderstärker. In diesem Interview möchte ich allerdings mal auf was ganz anderes eingehen, aber erstmal, wie geht's? Geht gut. Ihr seid schon den ganzen Tag im Austausch mit uns. Controller, das heißt Zahlen, Datenfakten, dein Thema. Sind es vielleicht doch immer noch? Ist es immer noch. Und dann kam Starke ohne Muckis in dein Leben. Also in dem Fall wahrscheinlich überlegte Werbeanzeige, auf der du mein, wonach schönes Gesicht gesehen hast. Also was hat dazu geführt, dass du vom Controlling einen Ruf gespürt hast über eine Werbeanzeige für Stimme Kinderstärken? Weil die Kombination klingt ja für die meisten vielleicht erstmal nach sehr vielen Fragezeichen. Ganz vielen Fragezeichen. Grundsätzlich rührt es aus einer familiären Situation. Ich habe mehr Hilfe gesucht für eine private Situation, wo ich gesagt habe, ich muss definitiv mehr über das Thema Kind erfahren. Wie ticken Kinder? Warum machen sie gewisse Sachen so, wie sie es machen? Und was haben wir als Eltern da für einen Einfluss drauf? Beziehungsweise was resultiert da von uns draus, warum die Kinder so sind, die so sind. Das heißt also, du hast gar nicht im ersten Schritt gedacht, ich werde Trainings geben, ich werde mich selbstständig machen, ich werde bla bla bla, sondern erstmal wirklich nur so, wie kann ich zu Hause? Ja. Ich frage mal ganz provokant, warum hast du dir nicht ein Buch gekauft? Ich bin Lesefaut. Super für mich. Also Spaß beiseite, das heißt, du hast für dich gar nicht darüber nachgedacht, dich einfach nur irgendwo einzulesen, du wolltest wirklich was lernen. Wir haben eine Pike auf. Ja. Okay. Wenn ich direkt mal fast vorwärts mache, wir kommen gleich nochmal dann in die Ausbildung zurück, aber jetzt so, du hast die Ausbildung dann beendet und du hast es für dich privat gewollt im ersten Schritt. Was hat es dir privat gebracht? Sehr viel. Ich habe, so wie aus der privaten Situation mein Kind war und sich gezeigt hat, habe ich ganz viel daraus verstanden, warum es so ist, wie es ist und die Möglichkeit gefunden, wie ich gewisse Sachen anders machen kann, anders regeln kann, damit es tatsächlich sauber und im ruhigen Tonus funktioniert. Also was hat sich konkret verändert? Das Ganze miteinander zu Hause. Also das allgemeine Verständnis, wie zum Beispiel mein Großer in seiner Bubble drin ist und gerade jetzt im Lego ist, dann gehe ich mit ihm in die Kommunikation und sage, er hat ja bestimmte Bedürfnisse und ich genauso. Wenn mir das Zimmer jetzt gerade unordentlich ist, ist es wahrscheinlich bei ihm. Juhu, ich bin in meinem supergeilen Lego Rausch drin und freue mich da gerade. Und dann komme ich als älteren Teil rein und will eigentlich was von ihm. Und da geht es natürlich, einen bestimmten Punkt halt abzuholen. Nicht, dass ich halt einfach meins auf ihn drauf drücke, sondern tatsächlich, dass ich ihn sehe und er kann mit mir interagieren. Und das hat dann auch eine quasi, wenn wir es jetzt mal so ein bisschen plump sagen, Verbesserung im Familienleben herbeigeführt. Ja. Cool. Das heißt also, selbst wenn du niemals ein Training geben würdest, würde starke Runde Munkies und die Ausbildung einen Mehrwert liefern. Definitiv, empfehle ich eben. Das heißt also, auch wenn man, ist es tatsächlich, ist da kein Einzelfall, nennen wir das jetzt mal. Es gibt auch andere Leute, die kommen in die Ausbildung nicht nur wegen Selbstständigkeit, eigene Kurse gehen, sondern weil sie sagen, na gut, ich will von der Pike auf lernen, wie es gehen könnte, aber es erstmal nur zu Hause nutzen für meine Kinder. Ja. Und da haben wir schon ein paar Mal bei Praxistagen oder beim Community-Event, vorwiegend beim Community-Event gehört, ey, selbst wenn ich in meinem Leben keine Kurse geben würde, wäre ich immer happy, dass ich diesen Weg gegangen bin. Wenn du für die Leute, die jetzt zuhören, die sich vielleicht denken, ach krass, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, so ein Learning rausgeben könntest, so ein Gold Nugget nennt man das ja immer, was sie vielleicht auch in ihrer Familie nutzen könnten, Was wäre so ein Ding, wo du sagst, das könnte man einfach mal teilen, weil es wertvoll für die Familien ist? Ähm, es gibt eigentlich kein einziges, es gibt mehrere. Es gibt kein einziges, finde ich super, es gibt kein Gold Nugget, was da geholt, Muckis. Das sind so viele. Weil es ein einziger Goldbach ist. Genau. Das ist, ich glaube, das Ganzheitliche, alles spielt in eins rein, also ich glaube, wenn du eins davon rausnimmst, fehlt wieder ein kleines Puzzleteil, weil alles irgendwie so ein bisschen, wie so ein Puzzle aneinandergereiht ist und wenn du das alles tatsächlich im Hintergrund verstehst und dann halt auch in die Anwendung bringst zu Hause, dann ist das mehr als Gold wert. Ich finde, da sagst du etwas, das spricht mir natürlich sofort aus dem Herzen, das sprießt quasi alles in mir auf vor Freude, weil häufig suchen Menschen nach, und wir hätten jetzt auch eins raushauen können, wenn es eins gegeben hätte, das wäre ja auch gut gewesen, nur, eigentlich sagst du etwas sehr, sehr Klepperes. Manchmal suchen die Leute immer nach diesem einen Gold Nugget oder nach diesem einen Tipp und ich halte Vorträge viel für einen Kunden hier aus der Gegend, da kommen immer Eltern hin, die ihre Kinder in die Schule schicken in drei Jahren. Das heißt immer für die Schulanfänger von der Zukunft. Und im Vortrag beginne ich immer, falls ihr gekommen seid und so gehofft habt, dass ihr drei tolle Tipps bekommt, dann kann ich euch jetzt schon sagen, ihr werdet nicht einen einzigen bekommen, weil hier geht es heute um Haltung und um das Verständnis auf einer tieferen Ebene, weil wenn ihr das versteht, werdet ihr eure Tipps alleine finden. Und deswegen finde ich es geil, dass du das auch nochmal gesagt hast, weil das ist immer so, in einer Welt, in der die Menschen immer nach dem schnellen Tipps wünschen, auch als Anbieter, wie wir es sind, so ein bisschen so diese Haltung zu bewahren und sich nicht nervös machen zu lassen, von diesem, bring die Dinge in zwei Tipps runter, schreib ein Buch mit den 16 besten Tipps, immer wieder für mich auch zu sagen, Nein, wir, wir hatten diesem Trend nicht folgen, wir probieren die Haltung, die Attitüde dieses Hintergrundverständnis zu verändern. Ja. Du bist, wenn wir so ein bisschen über die Situation reden, in Erfurt im Controlling, am Arbeiten, nee, in der Nähe von Erfurt. In der Nähe von Erfurt. Du arbeitest im Controlling und du hast wie viele Kinder? Ich habe zwei. Zwei Kinder. Die betreust du alleine? Ich habe eine Ehefrau. Eine Ehefrau, ja, okay. Eine ganz liebe Hinein, wir kennen schon sehr lange uns. Okay, das heißt, ihr seid zu zweit, die Kinder und ich habe so vorsichtig vorgefragt, weil, da kann ich nämlich meine nächste Frage stellen, die hätte ich sonst nicht stellen können. Und deine Ehefrau, die hat ja die Ausbildung nicht gemacht wie du, aber sie hat ja trotzdem, ist sie mit denen in Kontakt gekommen. Also es bleibt ja nicht aus, dass du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wie war der Weg für deine Frau? Im ersten Step, sie unterstützt mich bei allen Sachen, die ich jetzt halt angehe, auch Verarbeitung von Kindheit mit Gewalt und so weiter. Sie kommt damit relativ gut klar. Wir haben natürlich auch Kommunikationsdefizite, nenne ich es jetzt einfach mal so, weil wenn du dich jetzt nicht direkt mit den Inhalten beschäftigst, die dafür aufsaugst und sie dann jemand anders wiedergeben willst, ist das eine ganz andere Baffel, als wenn du direkt davor sitzt oder das wollen die jetzt gelernt bekommst. Wir arrangieren uns, wir erinnern uns auch immer an gewisse Sachen und wir unterhalten uns auch darüber. Wenn ich jetzt nur auf diesem einen Standpunkt bleibe und mich verändere und meine Frau sich nicht mit verändert, dann haben wir ja irgendwann einen großen Gap. Das ist halt unschön. Und das heißt, wir arrangieren uns eigentlich in unserer Beziehung, in unserer Familie gegenseitig. Man geht den Weg gemeinsam und da finde ich auch, du hast auch was sehr Nettes gesagt jetzt gerade, oder zumindest habe ich das so rausgehört, es gibt manchmal Leute, die sagen, okay, ich habe mich jetzt verändert und mein Partner, der will sich gar nicht so mitverändern und die, sie haben, ich interpretiere eine Ungeduld dem Partner gegenüber daraus, bei manchen, nicht bei dir jetzt so. Und was du quasi gesagt hast, ist natürlich, das Gap darf nicht zu groß werden, aber warum nicht den Leuten auch Zeit geben, denn während du quasi, nennst es jetzt mal, von der Quelle lernst, so und du saugst alles auf, hast hier einen Call, da einen Call, hier, und dann erzählst du vielleicht mal in so einer halben Stunde so eine Zusammenfassung von einer Woche, dass da natürlich Streuverlust da ist, ist doch logisch. Aber wenn man es runterbricht, wie ist deine Erfahrung in Bezug auf Beziehung, also nicht nur Kinder, sondern auch Beziehung, finden da die Inhalte auch positiv Einzug? Mal so, mal so. Es ist tatsächlich, wie du sagst, es braucht Zeit. Also wenn ich jetzt was anfange zu erzählen, und manchmal passiert das tatsächlich auch im ganz normalen Alltag, dass du dann auf das Thema zu sprechen kommst, da ist gerade so eine Situation und dann so, oh, da würde ich aber jetzt anders reagieren. Das gibt dann auch schon mal ein paar Reitungspunkte, und dann so, kann ich da jetzt direkt da rein in das Thema, oder mache ich das, da muss ich mich auch an mir noch arbeiten, dass ich nicht direkt in dieses Thema immer dann gleich reingehe, vor allem letzten Endes auch dann vor den Kindern. Und das wird so sagen, wir nehmen uns die Ruhe halt und reden dann mal darüber, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, alles klar, in der nächsten Situation, wenn die mal wieder auftritt, machen wir das so und so und protesten das einfach mal aus. Aber nur auch wieder von meiner Seite so auf der Meta-Ebene zusammengefasst, kann auch voll daneben liegen, aber du hast gerade so in einem Nebensatz gesagt, verarbeite die Vergangenheit Gewalt, hast du gerade in so einem Nebensatz gesagt. Das heißt, du hast eine gewisse Historie. Dann sagst du, in der Beziehung gibt es ein paar Reibungspunkte, und jetzt sagst du aber, aber dann reflektiere ich mich und gehe nicht sofort da rein. Das ist ja ein ultra krasser Persönlichkeitsentwicklungs-Schnitt, dem du da gegangen bist. Weil ich deute da rein, dass das auch mal anders hätte in der Vergangenheit laufen können. Und das heißt, wenn man so möchte, bist du ja viel friedvoller geworden, im Umgang auch mit dir. Also streichen wir jetzt mal, wir machen heute ein Streichvideo. Wir haben erstmal gestrichen, man gibt keine Trainings mit Kindern. Trotzdem ist gut. Streichen wir mal, man macht das doch nicht mal mit seinen eigenen Kindern, nur für sich selbst. selbst da, bleibt quasi mehr, also man wird friedvoller. So. Und das finde ich natürlich mega spannend zu hören, denn dann kann ich ja mal offenbaren, worum es mir immer ging. Mir ging es immer darum, die Ausbildung muss erst den einzelnen Menschen, der die Ausbildung schaut, ein Stück weit mehr in seine eigene Ruhe bringen. Dann kann es Einzug in die Familie finden und dann kann es in die Welt kommen. So. Das heißt, ich glaube mir jetzt auch mal einfach auf die Schuld. Und sage, das habe ich gut gemacht. Wenn du so als abschließende Worte einfach mal der Welt da draußen in deinen Worten, also nehmen wir mal an, da ist jetzt noch jemand skeptisch. Der guckt das Video, weil das ist der Grund, warum Leute diese Videos hier schauen. Die haben höchstwahrscheinlich unsere Webseite schon angeschaut oder verfolgen und so. Der letzte Schritt fehlt für sie. So eine gewisse, was würdest du noch mal den Leuten, die vielleicht sich denken, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, nur ganz persönlich aus deiner Sicht, warum wäre es der richtige Weg? Warum wäre es der richtige Weg? Oder ein möglicher, logischer nächster Weg? Es gibt kein Falsch in dem Zusammenhang, weil ich glaube, wir können alle, egal in welche Richtung es geht, Familie, Freunde, Kindergarten, Schule, wir können alle daraus lernen. Und dieser Inhalt, der in dieser Ausbildung ist, der zeigt erstmal grundsätzlich auf, wie wir tatsächlich miteinander umgehen können und dass wir das Verständnis auch dafür entwickeln, warum gewisse Sachen so passieren, wie sie passieren und wie wir letzten Endes einfach gelassen und ruhig darauf reagieren können. Und das ist zum Beispiel, wenn man da reingeht in die Ausbildung, das ist wie so ein Augenöffner, wie wenn du jetzt gerade zu einem Wasserhauer gehst und sagst, alles klar, gut, dann weiß ich das nächste Mal, wie es halt funktioniert, was dahinter steckt. Also ich kann es tatsächlich jedem nur empfehlen, im Privaten, im Geschäftlichen einfach reinschlubbern in die Ausbildung und einen Terminbucher. Cool. Wenn du also kurz vor der Terminbuchung stehst, dann buch dir jetzt einen Termin. Wenn du dir sagst, okay, spannend, klingt richtig gut, ich würde gerne noch ein bisschen mehr erfahren, dann gehst du hier auf www.starkohonemuckis.de. Ich würde mich freuen, wenn der Weg bei dir, ob er nur für dich persönlich, für deine eigene Familie oder für ganz viele Kinder da draußen, die du stärkst, der Weg mit Starkohonemuckis ist, weil ich, ich habe das Ding nun mal gegründet, daran glaube, dass wir eine sehr, sehr wichtige Sache machen gemeinsam und ob wir das für uns machen, für unsere Familie oder für ganz viele Kinder, am Ende sind wir eine Community, die ein Stück weit einfach nicht nur träumt von einer besseren Welt, sondern wirklich anfängt, sie zu kreieren. In dem Sinne, vielen Dank, dass du heute da bist, ich freue mich auf den weiteren Tag und genau, starkohonemuckis.de. Dir hat dieses Video gefallen? Dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Unsere anderen Social-Media-Kanäle, die findest du hier, geh gerne mal ein bisschen stöbern. Und wenn du nicht nur dein eigenes Kind zu Hause stärken möchtest, sondern du dir ein zweites Standbein damit aufbauen willst, indem du Kinder stärkst, indem du mit dafür arbeitest, dass wir Mobbing innerhalb von 30 Jahren in Liebe und Achtsamkeit verwandeln, das ist ein reappelement, sie zu sehen, wenn du nicht nur dein eigenes Kind zu Hause gehst,